Es ist vielleicht eine etwas pathetische Frage, aber du findest bestimmt eine gute Antwort. Was ist der Sinn des Lebens? Jesus Christ, das haben ganz viele Leute sich die Frage gestellt und viele haben die Antwort nicht gefunden. Also der Sinn des Lebens ist erstmal, dass man lebt und dass man am Leben bleibt und dass man Lust hat am Leben und dass man vielleicht anderen Menschen helfen kann und dass man anderen Menschen vielleicht auch Freude bereitet. Aber der Sinn des Lebens jetzt, dass man sagt, ich sehe da irgendwas Transzendentales, nein. Du versuchst einfach für dich ein guter Mensch zu sein. Ja. So habe ich das jetzt irgendwie wahrgenommen in der Zeit. Aber ich bin kein Philosoph. Ich wollte nicht ein Philosoph sein. Und wenn man, ich finde, wenn man sein Leben so lebt, dass man sagt, ich habe Lust am Leben und ich versuche auch innerhalb der Gemeinschaft, in der ich bin, zu helfen, sie etwas zu verbessern. Das gehört mit dazu, das gehört meines Erachtens mit zum Sinn des Lebens in einer Gemeinschaft, dass man dort auch Pflichten hat. Und die Pflichten sind nicht oktruiert, sondern sie sind eigentlich Dinge, die durch die Vernunft dazu werden, dass ich mich selbst verpflichte, etwas zu tun. Also was heißt Selbstverpflichten? Selbstverpflichten heißt, ich übernehme gesellschaftliche Aufgaben, weil ich der Meinung bin, ich kann gewissen Leuten in dieser Gesellschaft helfen. Das ist keine Pflicht, die mir von irgendeinem Staat auf erzwungen wird, sondern das ist eine Pflicht, die ich in mir selbst sehe. Wobei mein Staatsverständnis ja nicht etwas Autoritäres ist, sondern der Staat, das sind wir selber. Wir? Das sind wir alle. Das ist nichts, was da oben ist, nichts da oben, sondern das sind wir alle in einer Demokratie. Das heißt aber, dass wir auch Verantwortung haben für den Zustand der Demokratie. Und da sehe ich dann auch eine Aufgabe jedes Einzelnen drin, dass er sagt, wo ich kann, muss ich helfen, den Zustand dieses demokratischen Wesens, Gemeinwesens, gut zu erhalten oder zu verbessern. Das heißt, wir-